Sie hören Sabine Hofmann, Totenwinter. Gelesen von Rebecca Feil. Erschienen bei Aufbau-Audio im Aufbauverlag. Prolog. Hannes Birkner wurde zweimal erschossen. Das erste Mal in Berlin, das zweite in Bochum. In Berlin erschießt man ihn zwischen den Ruinen eines Häuserblocks. Die Erde ist feucht, er spürt die Nässe durch den Stoff seiner Hose, als er sich steifbeinig auf die Knie sinken lässt, die Hände hinter dem Rücken zusammengebunden. Aus den Augenwinkeln sieht er seine Nachbarn. Links sind es fünf, auf seiner rechten zwei. Nebeneinander knien sie in einer Reihe. Auch kurz vor Schluss herrscht noch Ordnung. Er lauscht auf den Geschützlärm. Vor zwei Tagen haben Schukows Truppen in Marzahn die Stadtgrenze überschritten. Die Rote Armee nimmt die Stadt in die Zange und rückt von Norden, Osten und Süden durch die Außenbezirke vor, hieß es heute Morgen im Flurfunk. Die Genossen befreien Straße für Straße, Stadtteil für Stadtteil. Nicht mehr lange, dann sind sie auch hier. Nicht mehr lange, aber wahrscheinlich zu lange für ihn. Und zu lange für die, die neben ihm knien. Er versucht in dem Getöse einzelne Geräusche auszumachen, zu erlauschen, ob sie sich dem zerstörten Häuserblock in Moabit nähern, in den ihre Bewacher sie geführt haben. Er kann das Knattern der Katyushas erkennen, Stalinorgeln, die gleich mehrere Raketen abfeuern, hört Granatwerfer und in nicht allzu weiter ferne Panzergeschütze. Rollen die Panzer schon durch die Straßen auf sie zu? Oder täuscht er sich, weil er es sich so sehr wünscht? Er schaut zu einem Schuttberg. Meint darauf, einen Rotarmisten in seiner lehmfarbenen Uniform zu sehen, doch auch das ist Wunschdenken. Ihre Bewacher sind zu neunt, einer für jeden Gefangenen und ein Obersturmführer, den er aus den Verhören kennt. Die Mühe, ihnen die Augen zu verbinden, haben sie sich nicht mehr gemacht. Die acht Bewacher haben hinter den Gefangenen Stellung bezogen. Der Obersturmführer steht neben ihnen und gibt den ersten Befehl. Entsichern! Metallisches Knacken. Achtfach. Nah. Sehr nah. Tausendmal näher als die Geschütze. Eine Handbreit hinter seinem Kopf. Feuer! Der Befehl kommt in demselben Moment, in dem er drüben auf dem Schutthaufen wieder eine Bewegung zu sehen meint. Er dreht den Kopf. Die Fata Morgana rettet ihm das Leben. Die Kugel streift sein Ohr und schlägt ein Stück Knochen aus seinem Kiefer. Der Stoß wirft ihn um. Als er auf dem feuchten Boden liegt und spürt, wie das Blut aus ihm herauspulst, wird ihm klar, worauf es jetzt ankommt. Er muss liegen bleiben. Reglos. Ein Stück totes Fleisch zwischen anderen Stücken totem Fleisch. Der Obersturmführer erteilt den nächsten Befehl. Kontrolle! Zwei der Männer gehen um sie herum. Er atmet möglichst flach. Doch die Männer sparen es sich, sich zu ihnen hinunter zu beugen und auf ihren Atem zu lauschen. Stattdessen treten sie zu. Wer noch nicht tot ist, wird schreien und sich krümmen. Er bleibt still, als die Stiefelspitze in seine Flanke tritt. Still und reglos. Ein Stück totes Fleisch. Er lauscht. Die Geschütze sind schon ein Stück näher herangekommen. Dann wird er ohnmächtig. Dienstag, 28. Januar 1947, sechs Tage vor Birkners Tod. Die oberste Decke war steif gefroren. Sie zerknickte wie ein Stück Pappe, als Edith sie zurückschlug und sich unter dem Deckenhaufen hervorwand. Das Oberlicht in der Kammer, ein gutes Stück über ihrem Kopf, war dick mit Eis überzogen. Trübe Schichten. In den vergangenen Wochen waren sie Stück für Stück zu einem buckligen Eispanzer gewachsen. Spärliches Morgenlicht sickerte hindurch, gerade genug, dass sie die milchigen Atemwölkchen vor ihrem Mund sehen konnte. Edith warf sich ihren Wintermantel über, denn die Kälte war schon dabei, sich durch die zwei Winterpullover, die lange Hose und das doppelte Sockenpaar zu beißen. Sie sah zu, dass sie möglichst schnell in die Wohnküche kam, in der sie zumindest ab- und anheizten. Tatsächlich brannte im Herd ein Feuer. Eine graue, unförmige Gestalt stand davor und stocherte mit dem Schürhaken im Kohlenfach herum. Martha, eingehüllt in einen Wehrmachtsmantel, der ihr bis zu den Füßen reichte, um den Kopf einen dicken Schal geschlungen. Sie musste sie gehört haben, doch drehte sie sich nicht um, sondern beugte sich schwerfällig in ihren dicken Hüllen zu der Herdklappe hinunter und blies in die Glut. Bis vor zwei Wochen hatte Martha noch kräftig über die Kälte geflucht. Wir werden alle als Eisklumpen in einer Kiste landen, wenn es nicht bald wärmer wird. Das haben die Idioten von ihrem Heil-Hitler-Geschreie. Wir sitzen auf einem Trümmerhaufen und kriegen Eiszapfen am Hintern. Wenn die nicht endlich mehr Kohle rausrücken, gucken wir uns Ostern alle die Radieschen von unten an. Jetzt reichten ihre Lebensgeister nicht einmal mehr zum Fluchen. Wortlos schlug sie die Herdklappe zu und schlurfte zum Spülbecken. Das Metallgewinde des Wasserhands quietschte, als sie daran drehte. Ansonsten blieb es enttäuschend still. Kein Wasserstrahler goss sich freundlich plätschernd in das Becken. Das Metallgewinde des Wasserhands quietschen die Herdklappe zu und schlurfte zum Spülbecken. Das Metallgewinde des Wasserhands quietschen die Herdklappe zu und schlurfte zum Spülbecken.